So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben die Kamera leider zu Hause vergessen, aber nicht so schlimm. Zeig, was wir haben. Tada! Sie sieht so gut aus, ich kann es euch natürlich nicht zeigen, wie in den ganzen Daten, die da draufstehen. Aber sie sieht einfach so gut aus, sie haben so ein... Hallihallo! So, das wir gerade zeigen im Video von uns. Leute, wir sind hier gerade von der Urlaubsplanung und ich sage gerade, so wie doof sind wir. Die Leute interessiert das. Gerade mit so vielen Personen, was da für eine Organisation hinterhängt. Und wir nehmen euch aber nicht mit, weil ich es vergessen habe. Was haben wir gerade gemacht? Im Müll sind die. Ach, Florian. Also, was haben wir bisher gemacht? Haben wir unsere Reiseunterlagen ausgedruckt. 300 Blätter. Spaß. Also, unsere Reiseunterlagen ausgedruckt. Check. Check. Wir haben uns eine Checkliste gemacht. Dann haben wir angerufen, bei der Gemeinde bei uns, ob die Expressreisepässe der großen Kinder da sind. Die sind abholbereit. Die können wir in einer Dreiviertelstunde abholen. Jetzt ruft gerade Mutti an. Geh ruhig ran. Ja, Mutti? Bis gleich. Gespräch beendet. Mutti geht vor. Genau. Dann haben wir, wie gesagt, angerufen. Die ersten Reisepässe, Expressreisepässe sind Gott sei Dank innerhalb einer Woche fertig geworden. Dürfen wir also in einer Dreiviertelstunde, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, abholen. Oh, es ist schon wieder kalt, ey. Nageltermin habe ich auch schon vereinbart. Ganz wichtig, nein, das steht da nicht auf der Liste. Was steht da noch drauf? Dass wir die Koffer hochholen müssen und reinigen müssen. Das wollte ich jetzt aber eigentlich erst zum Wochenende machen, heute ist Donnerstag. Weil die Kinder natürlich da auch mitmachen wollen. Dann müssen wir den Buggy einmal reinigen und hüllen. Dann müssen wir den Parkplatz organisieren. Also es ist ja so, dass man, also letztes Jahr haben wir es so gemacht, wir sind auf so einem Parkplatz gefahren. Die bieten da Parkplätze an, das müssen wir halt bezahlen. Und von da aus wird man halt mit einem Auto von denen zum Flughafen gefahren. Genau, das müssten wir organisieren, beziehungsweise. Müssen wir jetzt mal gucken, wir machen, weil unser Weißer, der hat nur neun Sitzplätze, wir sind aber die Platz 10. Genau, jetzt müssen wir gucken, eventuell springt da das Dings ein. Ich will es immer so liebevoll nennen. Und ja, wir teilen uns wahrscheinlich irgendwie auf. Und ja, ich muss nachher mal irgendwie klären, wenn der von der Arbeit fertig ist, ob der uns da, also eigentlich hat das schon vorgeschlagen, wird schon passen. Was müssen wir noch machen? Dann hat man eigentlich überlegt, dass wir so ein Vorarm-Check-in, also dass ich wahrscheinlich schon einen Tag vorher runterfahre mit ein paar Kindern. Nach Hamburg, wo wir fliegen von Hamburg? Genau, nach Hamburg und die Koffer da irgendwie schon aufgeben, dass wir wirklich nur noch reinkommen und direkt nur an den Check-in-Schalter. Und dann nicht wieder diese mit diesem Koffer eh einen langen Gestir und gerade mit Shelby, jetzt läuft sie ja und die wir aktiv und wir gucken. Genau, also für euch zur Erklärung, ihr wisst ja gar nicht, wo wir wohnen, wir wohnen quasi genau zwischen dem Flughafen Hamburg und zwischen dem Flughafen Berlin. Also es wäre egal gewesen, ob wir von Berlin aus abfliegen oder von Hamburg, wobei mit der Bahn wäre es besser gewesen nach Berlin, weil von hier fährt die Bahn direkt in den Flughafen quasi rein. Gut, jetzt ist es Hamburg, ist auch sowieso meist günstiger und so. Na wurscht. Genau, das müssen wir organisieren, dann müssen wir unbedingt Sitzplätze buchen. Ja, diesmal schon. Beim letzten Mal, Leute, haben wir kein, also nicht preislich welche gebucht, aber wir haben halt den Check-in gemacht und dann kriegst du ja auch schon deine Sitzplätze, wo du sitzt und so, ne? Und ja, am Schalter dann, als wir dann beim Einchecken am Flughafen waren, haben wir komplett andere Sitzplätze bekommen. Wir saßen ein ganzes Flugzeug verteilt, teilweise die Kinder alleine ohne uns und ich so, das geht nicht. Also, sorry, es geht nicht. Ich saß dann mit den beiden Kleinsten alleine da, Shelby war noch richtig, wie alt war sie da? Ein dreiviertel Jahr, ja. Letto mit ihren drei Jahren, völlig in der Trotzphase, saß da ganz alleine, ich meine, das hat dann letztendlich gut geklappt. Aber wir standen erst mal vorne, vor dem Cockpit, alle neun Personen, bis die Stewardessen uns da mal Sitze zuweisen konnten. Und alle Leute haben geguckt, das war so, das war so peinlich. Denn es ist das Flugzeug noch ein bisschen später gegangen, die dachten wahrscheinlich alle wegen uns, aber die haben uns ja einfach nicht berücksichtigt. Also, wir haben uns ja vorher Check-in gemacht zu Hause. Jemals wollen wir das nicht mehr haben, lange Rede kurzer Sinn, deswegen wollen wir uns Sitzplätze buchen. Ich hoffe, dass es nicht mega, mega, mega teuer wird. Aber, dass die einfach fest sind, sodass wir wissen, okay, wir sitzen alle beieinander. Und man kann auch mal, dass die Shelby zum Beispiel, das Baby wollte ich gerade sagen, ist kein Baby mehr, immer weiter reichen, dass man auch mal irgendwie kurz die Arme frei hat oder so. Also, dass man sich einfach gegenseitig unterstützen kann. Also, das doof ist eigentlich, ich hätte sie schon Platz haben können eigentlich. Ab zwei haben die ersten Sitzplatz, glaube ich. Genau, also steht ja noch keiner zu. Ist ja auch in Ordnung, aber so kann man sich einfach, wenn man zusammensitzt, ganz anders unterstützen, als wenn man irgendwie 10, 15 Reihen erstmal laufen muss und sagen kann, kannst du mal, sag mal, würdest du mal, kannst du mal kurz, ich bring dir mal ein... Mach mal bitte, einmal nach hinten gehen. Dann kannst du mal das Kind weiter reichen. Das geht doch nicht oder der eine muss immer auf Toilette oder so. Also, das war so blöd und auch so unangenehm, weil die gucken ja eh schon alle, wenn man mit so vielen Personen reist. Und dann sind wir noch relativ jung, denn es wird einfach gestarrt, so oder so. Aber wenn du dann noch da in diesem Cockpit da vorne stehst und alle... Es war so unangenehm, wirklich. Genau, also lange reden wir, wir wollen uns hier Sitzplätze buchen und der letzte Punkt. Achso, dieser Vorabendcheck-in, das müssen wir mal eben rauskriegen. Das ist wohl von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft ganz unterschiedlich. Genau, wisst ihr, der erste Mal Bescheid. Wir haben einiges zu tun. Wir haben einiges zu tun, genau. Oma hatte gerade auch angerufen, die kommt ja morgen, die kommt ja meist am Wochenende und unterstützt uns auch mit der Wäsche und so. Und die hatte noch irgendwie einen Koffer, den hatten wir ja ausgeborgt, den bringt sie morgen auch mit. Ob nicht? Und da müssen wir mal einmal eigentlich heute mal durchzählen, ob wir... Wir haben ja auch noch alte Koffers, muss ja nicht... Aber ob wir für Sarah auch einen Koffer haben, weil letztes Jahr haben wir die ja alle neu geholt, die Koffer. Und Sarah ist ja nicht mitgeflogen, aber ich glaube, wir haben noch irgendeinen anderen Koffer, den sie dann nehmen kann. Aber lass uns mal lieber gucken, weil ansonsten... Wir hatten die ja letztes Jahr vom Kick, die Koffer. So macht die nebenbei noch was am Ofen. Nicht, dass ich denke, der ist unhöglich. Ja, man muss aufs Essen achten. Genau, dass wir da einmal schauen, haben wir genug Koffer. Wir hatten ja schon erwähnt, dass wir so wenig wie möglich mitnehmen wollen. Schocken. Weil man dann natürlich auch einfach gut einkaufen kann. Ich habe dann mir letztes Jahr zum Beispiel Hoodies gekauft. Die haben so eine gute Qualität, dass ich die also bis heute voll gerne trage und schon gesagt habe, boah, geil, ruhig mit deinen Blütenfarben. Ja, ist auch nicht wie jedermanns Sache. Der eine sagt, nee, ich muss das unbedingt alles Original haben. Mir ist das völlig wurscht, wenn mir der Pulli von der Farbe her gefällt, ist mir das eigentlich egal, was da für eine Marke draufsteht. Aber die, die ich jetzt habe oder den einen, der noch übrig ist, zwei hat, glaube ich, Seramie gestohlen. Und der ist echt gut in der Qualität. Achso, wir haben jetzt so, das kannst du ja mal eben ohne Daten irgendwie zeigen, wir haben jetzt so einen Ordner gemacht. Wir haben auch mal ein, ne? Genau, und da sind jetzt... Wir haben ja zwei Reisen, also einmal meine Reise, Virusreise. Das musst du schon erklären, wir haben zwei Reisen gebucht. Machen wir immer so, wegen der Personenanzahl. Also einer wachsen hat vier Kinder, einer wachsen hat vier Kinder. Genau, deswegen haben wir jetzt zweimal Reiseunterlagen, ja. Was ist da noch drin? Und dann diesmal gewohnt zu kommen von Jordan und Jemaine, weil auch wenn ich mitkomme, muss ich um was vorweisen, dass es meine Kinder sind, weil die halt einen anderen Nachnamen haben. Genau. Ja, und jetzt füllen wir ihn langsam, würde ich sagen, ne? Mit den ganzen Sachen. Genau, wir nehmen das in Ordnung, damit haben wir hier noch die ganzen Reisepässe. Das sind jetzt die fünf Kinderreisepässe. Ist auch so süß, die Shelby und die Soleil, die neuen Fotos, ne? Das ist so niedlich. Genau, und die anderen, wie gesagt, die holen wir ab. Und ich und Florio brauchen ja nur einen Perso. Das war auch ganz lustig, ganz lustig. Wir haben die Reisepässe beantragt. Und ich alles dahin, ich war voll, ich war so organisiert, Leute. Ich kam dann mit meinem Ordner, hier, Geburtsekunde, hier, Vollmacht vom Papa, hier, Vollmacht voller Mutter, Personalausweis, Kopien, alles hingeknallt und dachte mir so, ich hab alles dabei. Und was hatte ich nicht dabei? Mein fucking Ausweis war weg. Ich so, wo ist der Ausweis? So ist der Ausweis. Ich hab Herzkammerplattern bekommen. Dann ist uns eingefallen, dass wir irgendwann mal vor, weiß ich nicht, paar Wöchelleins zusammen feiern waren. Und Florio hatte meinen Ausweis, also ich war noch mit anderen Leuten feiern, aber Florio war halt auch dabei und hatte meinen Ausweis in seiner Jeans, in seiner, da war so eine Tasche. Und dann sah ich so, geh schnell gucken, ob ich saß. Und er sagt, nö, ist nicht da, keine Ahnung. Und ich hatte so Herzkammerplattern, nach fünf Minuten kommt er an, zeigt mir irgendwie so, was war. Und das war ein Führerschein, der halt auch mit in dieser Tasche war in der Jeans. Und sagte dann so, guck mal, mein Führerschein ist ganz komisch hier, guck mal mit der Zahl. Und ich sag, du Arsch, Mann. Hatte er seinen Führerschein und meinen Ausweis? Doch, er hat mich aber nur verarscht. Ich dachte, das kann noch nicht wahr sein. Ich gehe da hin, beantrage alles für die Kinder, bringe alles mit. Das war so ein Stabe an Unterlagen. Und mein Ausweis ist weg. Richtig, richtig gut. Und, willst du da noch Käse oder so drauf machen? Was? Nee, war noch nicht heiß genug. Ich war gestern beim Italiener und habe Florio seine Lieblingsnudeln mitgebracht. Und die, es war halt schon super spät und deswegen macht er sich die jetzt warm. So, haben wir noch was zu erzählen? Wollen wir mal den Koffern gucken gehen? Wenn wir nicht gegessen haben, dann gehen wir nach den Koffern gucken und dann können wir auch schon wieder los. Ja, dann gehen wir die Reisepressor rüber. Ah, dann nehmen wir euch mit. So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben die Kamera leider zu Hause vergessen, aber nicht so schlimm. Zeig, was wir haben. Sie sehen so gut aus, ich kann es euch natürlich nicht zeigen, wie in den ganzen Daten, die da draufstehen. Aber sie sehen einfach so gut aus, sie haben so ein... Wann ist das so ein bisschen sehen, oder? Sie haben so ein... Wie hier halt so ein Ausweis halt, ne? So, so... So glatt wie beim Ausweis, aber egal. Na, ist ja wie ein Ausweis halt, ne? Ja, die gelten quasi wie so ein Personalausweis. Und die sind jetzt, ich habe gerade mal ausgerechnet, die sind so lange gültig. Sechs Jahre, da ist Jordi einfach schon 18. Oh mein Gott. Und Sarah? 21. Krass. Oh mein Gott. What? Das ist ja los. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir... Wie das aussieht. Warte mal. Können wir dann von so einem Brot machen. So, genau. Das ist hier, wird mein Handgepäck sein. Und da werde ich dann hier vorne alle Ausweise haben. Hier habe ich den Ordner für die ganzen Papiere. Genau, hier dann Ausweise und hier... Na, weiß ich, ob du noch was zu essen möchtest. Essen, trinken, mal gucken. Für die Kleinen, warum wäre es nochmal. Sehr schön. Dann können wir das nächste auf unserer Liste abstreichen. Yes. Und dann gucken wir, dass wir jetzt die Koffer aufholen und den Buggy. Aber eigentlich ist das doobes Wetter halt dafür. Ich wollte auf ein Wetter warten, wo es draußen trocken ist und schön ist. Weil dann können wir die Hüle an... Der kann es jetzt absaugen mit dem Hüle auch. Aber dann kann der Rest draußen in der Sonne trocknen. Aber bei dem Wetter, es regnet permanent, ist das heute eigentlich blöd. Wir haben ja noch eine Woche Zeit. Also sollten wir das jetzt heute unbedingt machen. Äh, was haben wir denn noch? Parkplatz organisieren. Das müssen wir jetzt erstmal besprechen, wer wie fährt. Ja, weil der Schwarze uns gerade Arsch aufmacht. Ja, unser schwarzes Auto qualmt halt irgendwie. Naja, wird sich nachher angeguckt. Und dann können wir nachher auch klären, den Hin- und Rückfahrt. Wer uns fährt, wer nicht fährt. Ob du fährst, ob ich fahre, ob Dings fährt, ob wir alle fahren, die auch immer. Dings fährt. Leute, schaut mal. Ich habe jetzt schon meine Jacke gerade ausgezogen, die war pillitschnass. Ich habe einfach komplett nasse Haare. Und zwar gerade irgend so ein mega Wasser, wie sagt man denn, Regen, was auch immer, Anfall. Keine Ahnung, aber so richtig, richtig, richtig toll. Also das sind Florian, ich schnell raus, haben die Ferne reingeholt. Und die wollten nicht, sie wollten nicht rein. Und ich dachte mir so, was stimmt mit euch Gäuler, nicht? Ey, wirklich. Dann müssen wir die da erstmal einfangen. Jetzt sind sie in der Box, aber das hat Zeit gekostet. Und dementsprechend bin ich jetzt bis auf die Kopfhaut, bin ich einfach komplett nass. Oh nein. Ja, wenn ich vor übrigens, ja, ich habe überall Sommersprossen im Gesicht. Ja, habe ich mir dahin gemalt und ich habe die blöd verblendet. Jetzt säge ich aus wie Pipi Langstrumpf. Ich weiß, ich weiß, ich habe auch richtig viele Hate-Nachrichten, deswegen bekomme aber. Ich weiß nicht, ob die Leute nicht wissen, das ist mein Gesicht. Ihr müsst euch das auch nicht angucken. Ich muss es mir hinter dem Spiegel angucken. Ihr könnt wegschalten. So, jetzt kleine Idee, ne? Ihr Süßen, ich wünsche euch jetzt alles Liebe und alles Gute. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wir versuchen euch, wie gesagt, regelmäßig mitzunehmen. Bei allen Sachen, die auch so hinter den Kulissen laufen, was diese Reise betrifft. Weil ich weiß, dass das richtig viele von euch interessiert. Es sieht immer alles so einfach aus. Man steigt im Flieger, man ist dann in der Sonne und da Päumung fertig ist. Aber das ist da Vorbereitung und ganz viel Organisation hinter steckt, denke ich. Wissen viele, die Kinder haben. Wird aber irgendwie super wenig gezeigt. Und deswegen zeigen wir das, haben wir uns überlegt. Also, bleibt kurz und so munter. Danke fürs Einschalten, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!